Ob ich dann, kriege ich dann mehr Platz? Also kann ich mehr Sachen lagern? Ist da ein Weg? Da ist kein Weg, ne? Ne, da ist kein Weg. Warum habe ich den denn so komisch gebaut? Ach, keine Ahnung. Ich kümmere mich da gleich drum. Ach, ich habe auch eine Quest. So, aber ich will das erstmal kurz hier verkaufen. Handeln. Plup. Plup. Plup, trade. Aber wir werden fast jedes Mal 500 Dollar kriegen. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Wo war denn das jetzt? Das war irgendwo hier vorne. Ja. Pick it up. Pick it up. Und wo müssen wir dann hin? Warte mal. Warte mal. Was müssen wir denn machen? Pick it up. Äh. Und dann? Wo muss das dann hin? Okay. Das muss noch da unten. Okay, ja. Ich sammle mal ganz kurz auf dem Weg hier das auf. Dann haben wir das auch schon erledigt. Ich brauche noch ein zweites Schiff, ne? Das wäre gut. Könnten wir nebenbei weiter handeln. Okay. Ähm. Was ist hier los? Ist immer noch voll? Ja. Ja gut, aber Holz brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Wir haben immer noch kein Dings, ne? Keine Bricks. Wer kann das mal... Sei da also... Mal irgendwie hier abpicken oder so. Ähm. Wie war das nochmal, ne? Ähm. Nicht klar, wenn ich das jetzt hier in die Nähe baue. Ich glaube von dem Dings laufen ja die, ähm, die Karren und so los. Ich baue mal hier noch eins hin. Ob dann da irgendwie... Gibt es da mehr Karren? Das war ja sonst immer so. Guck mal, jetzt haben wir hier... Ach, er hat zwei Bricks. Sehr gut. Ja, jetzt bringt er die da hin. Das ist gut. Das ist gut. Schiff? 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 Pick it up. Sehr gut. Das auch. Das bitte auch. Haben wir jetzt alle? Jetzt müssen wir das nur kurz zu unserem Hafen bringen. Das machen wir eben. Und dann müssen wir einmal da runter. Ach, sie hat schon eine zweite Insel versiedelt, ne? Okay. Okay. Ähm, Hafen. Da ist er. Wir haben zwei Steine. Oh mein Gott. Jetzt brauchen wir das Ganze nur noch mal und dann noch einen. Aber hey. Es sind ja nur 21 Minuten, bis ich fünf Steine habe. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie ich das Problem hier beheben soll. Aber gut. Aber gut. Das passt jetzt erstmal so. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen, eine bisschen. Ach, die Musik ist so schön. Machen wir hier noch? Sind denn, machen wir die Häuser hier? Ja, das ist doch alles. Ja. Jetzt haben wir irgendein Trading-Dings bekommen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wir jetzt mit ihr handeln können. Stand ja, wir müssen das irgendwie unterzeichnen oder so. Äh, muss ich nochmal gleich, muss ich nochmal irgendwie schauen. Das muss, muss das hier hin? Ja, ne? Oder? Da ist nicht dieser schöne, schöne Pfeil. Deswegen bin ich etwas verunsichert. Es pinkt, es leuchtet zumindest hier unten. Ach so. Es muss zum Schiff. Alles klar. Okay. Äh, was wollte ich jetzt machen? Was hatte ich gesagt? Was hatte ich gesagt? Ich hab schon vergessen. Ich schau mal, was ich hier noch bauen kann. Wir können noch das mal im Small Harbour Open Stay Overview of this Category. Ach so, jetzt können wir hier andere Sachen bauen. Beautifies your Harbour Area. Das hört sich da auch nicht schlecht an. Bildships. Das heißt, wir brauchen mehr Workers. Und die brauche ich, indem ich, ne? Indem ich das hier uplevel. Aber wir brauchen halt erst Wurscht. Wurscht. Und dafür brauchen wir Clay. Beziehungsweise Bricks. Und Kein Schwein möchte hier arbeiten. Deswegen ist das so langsam. Ja, ich weiß, dass das ein Mist, aber gut. Oh, wir haben eine neue Insel entdeckt. Das ist super bergig, ne? Dankeschön. Dankeschön. So, wo ist mein Schiff? Äh, Schiff? Wo ist mein Schiff? Machen wir das so? Wo fährst denn du hin? What are you doing? Müssen wir das gerade irgendwie eskortieren oder so? Sieht gerade ein bisschen danach aus, ne? Von der Karte. Sieht gut aus. Oder, keine Ahnung, vielleicht sind wir auch nur so aus Jux hinterher gefahren. Das könnte natürlich auch sein. Damit können wir wahrscheinlich auch nicht hängeln. Ich hab doch jetzt hier so einen wunderschönen Vertrag. Kann ich den nicht? Ich fahr nochmal kurz zu ihrem Hafen hier. Ich weiß nicht, wie ich den irgendwie, wie ich da quasi das in die Wege leiten kann. Dass sie da mit uns handelt. Wobei wir haben ja, also wir können ja mit dem einen Schiff, glaube ich, also pro Schiff eh nur eine Handelsrutter. Sprich, ich bräuchte da ein zweites für. Ich guck aber mal ganz kurz, ob das jetzt irgendwie funktioniert. Fisch, 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 Fisch. Fisch müssen wir gleich auch unten was haben. 29. Okay, das ist nicht so viel. Ich hab gedacht, das wäre etwas mehr. Ich trau mich ja gar nicht zu gucken, ne? Wie sieht's denn hier aus? 67%. Immerhin. Immerhin, es geht voran. Wir haben jetzt wahrscheinlich super viele Schweine hier. 23 Stück. Also gut, können wir auf jeden Fall erstmal eine Menge Wurst machen. Wie ist denn da so ein grünes? Das ist unser Schiff. Das sah gerade kurz auf der Karte so aus, als ob ich das nicht bewegen würde. Ich schau mal kurz, ich mach mal noch hier, ich mach mal noch mal den hier. Ähm. So. So. Ich mach das jetzt nochmal kurz hier, jetzt hab ich mehr Workers. 20 Stück. Äh, geht das jetzt hoch? Aber das, ich weiß nicht, ob das... Aha. Aha. Jetzt sind's da noch 3 Minuten. Ah, sehr gut. Dann mach ich nochmal eben eins, dann geht das da ein bisschen schneller. Na gut. Das ist gut zu wissen. Learning by doing hier, ne? So, gute Dame. Ich habe... Ich habe so einen wunderschönen Handelsdienst. Können wir das nicht irgendwie... Sign a trade. Ja, wie mach ich das denn? Ich würde das gerne signen. Trading Charter. Kann ich das nicht geben? Äh. Äh. Ich weiß nicht. Ich bring's mal kurz ins Lager hier bei uns. Wir haben doch auch noch einen hier drin, oder nicht? Items. Ich hatte doch... Hä? Ich hatte doch einen dabei. Äh. Äh. Okay. Das können wir auch upgraden. Da brauchen wir ganz viel Clay für. Ja, ja. Hm. Kein Plan. Weich ist es auch eigentlich egal, ob ich den da hinbringe oder nicht. Mach mal hier deine Handelsroute weiter. Nein. Mach bitte deine Handelsroute. Das wollte ich gar nicht. So. Drei haben wir. Sehr gut. Zwei noch. Jetzt geht das ja auch mal ein bisschen flotter. Zwei Minuten dreißig. Damit kann ich leben. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist halt wenigstens nicht ganz so krass wie sieben Minuten. Ne? Das wäre... Also das... Äh. Das ist echt ein bisschen hart. Ach, die Musik ist so wunderschön. Ich sag's schon wieder. Do it. Schnell, löscht es. Löscht es. Go, go, go. Oh, ich hätte da... Ich hätte da mehr Wege bauen sollen. Oh, es ist schon übergesprungen, oder? Schnell, löscht es. Löscht es. Ich baue mal... Shit, ich hätte da bessere Wege bauen sollen. Jetzt ist der Weg halt so super weit. Oh, es regnet. Vielleicht hilft das irgendwie. Ich weiß es nicht. Lösches. Schnell. Schnell. Ähm. Äh. Hier, hier, hier ist ein Weg. Hier, hier ist ein Weg. Geh bitte da lang. Dann musst du ja nicht wieder zurückfahren. Lauf. Lauf. Das sind auch noch die Workers hier. Das ist schlecht. Achso, ein Newsletter haben wir. Okay. First Workers clock in. Ja, das ist gut. Worst Case Szenario. I see what you did there. Das ist witzig. Okay. Äh. Ja. Fire erupts. Ja, natürlich. Das ist natürlich jetzt auch noch mit drin. Das ist gerade vor zwei Sekunden passiert. Ja, ich publishe das trotzdem einfach mal. Man kann ja nicht immer nur gute News hier bekommen. So, löscht das bitte jetzt. Nein, das nächste Haus brennt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Könnt ihr das bitte löschen? Ich sollte vielleicht, ähm, hier in der Nähe noch, äh, noch eine Firestation bauen. Weil ich habe die Wege halt echt nicht so gut gebaut. Der hat halt einen super weiten Weg hierhin. Sorry, Leute. Sorry. Das tut mir jetzt sehr leid. Seid mir nicht böse. Ähm, hier hinten hatten wir doch Eisen, ne? Ach Gott. Ach Gott. Äh, das ist noch, das ist noch ganz weit. Dann mache ich vielleicht, ähm, machen wir das mal so, ne? Machen wir das mal so. Bauen wir hier noch, warum kann ich das denn nicht drehen? Ich würde das halt echt, oh shit. Okay, es ist, es ist vorbei. Äh, ich würde das halt gerne drehen. Es ist halt irgendwie so ein bisschen... Ich mache das mal mittiger. Mittiger, so. Scheide, dass man das nicht drehen kann. Vielleicht bin ich auch wieder ein bisschen doof. Aber, ja. Das ist, äh, ich hätte es halt gerne so rum. Hä? Ich probiere mal ganz kurz. Ob ich das irgendwie drehen kann. Hm. Kein Plan. Dann lassen wir es trotzdem erstmal da stehen. Ach, so. Okay, ähm, vier haben wir. Einen brauchen wir noch. Achso, sorry, das wollte ich nicht. Nee, gehen wir mal wieder weg da. 42 Prozent. Okay. Das heißt noch ungefähr eine Minute 15. Ein bisschen mehr. Dann können wir endlich hier das Schlachthaus bauen. Wie sieht es denn hier aus? 296. Es ist wieder ein bisschen hochgegangen, glaube ich. Ich glaube, es war bei 294. Happy Population. Sind alle glücklich? Das ist doch schon mal schön. Das ist sehr schön. So was können wir dann hier noch bauen. Äh, falsch. Hier unten. Was können wir denn noch bauen? Trade Union. Massage of the Craft. Improved maybe production from here. Da haben wir auch wieder fünf Steine für. Stimmt, ich wollte eigentlich hier Steine haben, damit ich Wege bauen kann. Ähm, dann können sich nämlich schon mal die ganzen Wagen ein bisschen schneller vorbewegen. Fortbewegen. Small Harbor. Ja, das brauchen wir doch nochmal für. Ach ja, 120 Workers. Das ist noch eine Menge. Wobei, wenn wir die Häuser alle upgraden, dann geht das eigentlich relativ schnell, ne? Ich mach das einfach mal. Ich mach mal ein paar hoch. Wir haben ja jetzt auch bald Wurscht. Und wir haben eh viel zu viel Holz. Und dann haben wir nämlich auch mehr... Ach Gott, wie schön, dass ihr ins Plus geht. Ein Träumchen. Dann haben wir nämlich auch mehr Einnahmen, ne? Was, was, was ist das denn? Ach, ich hab hier ja auch noch zwei komische Häuser stehen. Einsam und ganz abweit vom Schuss. Ach stimmt, hier ist der Marktplatz. Ich wollte es eigentlich ein bisschen mehr über den Marktplatz bauen. Wo ich das hier gerade sehe. Wie viele Häuser passen da denn jetzt? Ach, der passt natürlich. Ne. Äh, ne. Ne. Ne, 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 ne. Das muss ich anders machen. Da weiß ich noch nicht so ganz. So, ich würde hier gerne noch, äh... Sagen wir mal. Acht Stück noch. Dann haben wir die 72 voll. Ich find das so blöd. Hä, wieso geht das jetzt auf einmal? Das ging doch vorhin nicht. Ich, äh... Werde hier, glaube ich, getrollt. Limited reached. Wow! Ich habe es erreicht. Was ist da jetzt? Production is paused. Ja, du darfst gerne anpausen. Shit, das, äh... Habe ich das gepaust? Ich hoffe, das ist noch nicht sehr lange so. So, wird das jetzt hier gebaut? Sehr gut. Sehr gut. Das heißt... Wurscht. Wurscht ist im Anmarsch. Eine Minute. Das ist gut. No production. Ja, ihr dürft gerne... Ja, da müssen erstmal Schweine hin. Da kommen die Schweinchen, oder? Kommen da die Schweinchen? Keine Schweinchen? Keine Schweinchen. 33 Stück. Da laufen sie alle mit ihren Kisten. Wer bringt denn jetzt Schweinchen dahin? Bringt die Schweinchen bitte zum Schlachter. Witch? Das ist aber ganz weit weg von uns, hoffe ich mal. Krieg möchte ich hier gerade nicht haben. So, hat jetzt irgendjemand ein Schweinchen dabei? Sieben Stück. Äh, 27 Stück. Da sind ein paar raus. Ja, da fahren sie zum Schlachter. So begleiten sie mal auf ihrem letzten Weg. Und wir haben schon wieder zwei Dings, das ist gut. Ach, das ist gut, dass das jetzt mal ein bisschen schneller geht. So, sorry Schweinchen. Also, ihr werdet jetzt zur Wurst verarbeitet. Ähm. Das geht hier gerade schon wieder runter. Wadum? Wadum, wadum, wadum. Wie geht's euch denn? Fisch habt ihr genug? Kleidung ist halt auch genug da. Downgrade. Ach, wie gut. Also man kann es theoretisch auch wieder downgraden. Das ist gut zu wissen. Das wäre jetzt nicht genau, äh, wann wir das bräuchten. Ja, ich weiß, da fehlt Wurst. Wurst ist im Anmarsch. Hilft ist schon mal geschafft. So, wir haben wieder drei Steine. Ich mach schon mal ein bisschen, ähm, ich mach schon mal ein paar Steinstraßen hier. Nöch? Zur dramatischen Musik. Ich glaub, ganze, ganze drei Felder können wir jetzt hier bauen. Der Wahnsinn. Äh. Warum ist denn jetzt nur eins runtergegangen? Oh, was? Haben wir keinen Schnaps mehr? Keinen Schnaps dabei. Gut, dann nehmen wir den Schnaps erstmal raus. Kein Schnapes. Oder wir machen noch ein Schnaps-Dings, ne? Das geht halt auch. Ähm. Wir haben halt super viele Kartoffeln. Ich glaube... Ich weiß halt nicht, wie viele Kartoffeln da rauskommen. Ob das, ähm, theoretisch passt, wenn ich halt eine Kartoffelfarm für zwei Schnaps Brennereien baue. Mit 72 Feldern. Also, dann müsste, dann müsste halt eigentlich super viel super viel Kartoffeln rauskommen. Hm. Oder wir können, wir können ja auch mal... Hier war doch gerade... Äh, wo waren wir jetzt? Da. Genau. Dass das hier halt ein bisschen schneller alles klappt. Warum kann ich das ja nicht hinbauen? Also, weil ich keine Steine habe. Ja, ja. I see, I see. Wir müssen hier wieder auf die Steine warten. Kann ich denn sehen, wie viel Clay wir da noch rausholen können? Oder ändert das nicht? Ich weiß ja nicht, ähm... Wie viel da rauskommt. Bis quasi die Quelle hier leer ist, no? So, hier wird fleißig gearbeitet. Das ist gut. Oh, new city status. Port Town. New buildings have been unlocked. Was haben wir denn jetzt Schönes? Äh, die Church. Ist das jetzt ein Wunsch von euch? Wollt ihr jetzt die Church haben? Bread? Nee, sie wollen Brot haben. Was macht denn die Church? Provides a public service for your residence. Äh, ja gut. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das bringt. Vielleicht kriegen wir dadurch ein bisschen Culture oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber Brot. Da brauchen wir Weizen für. Okay. Grain Farm. Ach, das ist mit Grain gemeint. Das ist Weizen. Okay, ich war mir nicht ganz sicher, was das ist. Wo machen wir das denn mal hin? So, Moment. 144 Felder. Was? Okay, nein. Nein. Das machen wir dann hier hin. Das kommt nach hier hin. Ich muss mal ganz kurz einen Weg dahin bauen, sonst weiß ich nicht genau, wo das hin muss. Ich brauch das ja alles geordnet. Vielleicht machen wir es, warte mal, ich mach es mal ein bisschen weiter so. Mach ich nämlich nicht genau den Jam-Fehler wie vorhin. Kann ich nämlich jetzt hier so einen Weg bauen, ne? Wunderschön. Und dann können wir in die Büffel rein ganz viele Felder bauen. 144 Stück. Ich glaube, es hackt. So, okay. Ja, kannst du bitte mal da weggehen? Ich seh nichts. Ganz viel Weizen, ganz viel Weizen. Und dann machen wir noch eins auf die andere Seite, damit das hier schön symmetrisch ist. Das sollte doch erstmal reichen, oder? Wie viele sind das jetzt? 67. Ich glaube, das reicht erstmal. Und, äh, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja. Jetzt brauchen wir eine Mühle. Mühle brauchen wir auch noch. Und eine Bäckerei. Ach, die ist schön. Oh, das sieht richtig schön aus. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das machen wir da hin. Oh, jetzt hab ich wieder... Jetzt hab ich wieder die ganzen Steine verbraucht. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Brauchst du auch wieder? Du brauchst auch wieder fünf. Ich würde jetzt gerne erstmal hier Schnappes, Schnappes voranschreiben. Ach, guck mal, da ist der schöne Kreis. Den hab ich gesucht. Oder hab ich den auch, wenn ich, wenn ich, äh, auf den Marktplatz klicke. Ne, da ist kein Kreis. Hier sind die Straßen noch grün. Ich glaube, damit ist dann wahrscheinlich quasi der Kreis gemeint. Das heißt, wir können auf jeden Fall hier auch noch Häuser hinbauen. Das ist auch noch alles im Radius. Das ist gut. Das ist echt, das ist echt weit. Das finde ich sehr gut. Ach, das sieht irgendwie total schön aus hier. Den Weizenfeldern und der Mühle. So schön sind die ganzen Bauern am Arbeiten. So, ich teste jetzt mal ganz kurz was, ne? Wir haben jetzt jetzt zwei Minuten acht. Wenn ich jetzt hier mehr Felder hinbaue, das würde mich mal interessieren, ob dann auch die Arbeitszeit, die benötigste Zeit runter geht. Ja, tatsächlich. Okay. Okay, dann mach ich nochmal ein paar hin. Hier geht auf jeden Fall noch eine Reihe hin. So, sehr schön. Ach, sehr schön. Sehr schön. Eine Minute 40. Ich würde vorschlagen, ich mache aber erstmal an dieser Stelle Schluss. Nicht? Eine Minute. Ich mache erstmal an dieser Stelle Schluss. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, würde ich vorschlagen, ne? Und wir sehen uns dann. Ahora, wir sehen uns dann. compan-